Weil er sein eigenes Referat nicht war. Wer fehlt im Raum? Alex. Alex. Fahren wir jetzt eigentlich den CW mit nur Bananen, oder? Was? Was hab ich verpasst, Alter? Wir haben grad nur mit Bananen gespielt, das war so Babypark, die Rotkurve klappt komplett. Das war bloß cool für dich, weil du gewonnen hast. Dein eigenes Referat. Im ersten Rennen 6 oder 7. gewonnen, das war trotzdem mega geil. Du musst mich konzentrieren, ich muss die Regeln umstellen. Alex. Nur Bomben, nur Bomben, nur Bomben, nur Bomben, nur Bomben. Immerhin hat Felten kein Burstwerk. Fahren wir jetzt eigentlich den CW mit nur Bananen, oder? Okay, nehmen wir direkt, nehmen wir direkt NBC, oder? Ja. Ja. MBC. Soll ich Musikern machen? Und das halt immer interessant, dass wir, wenn ein Inboard-Biker im Team ist, dass wir direkt auf sowas erwachsen. Vor allem, selbst Gewinnstrecke dann immer noch. Ja, das ist zuerst. Trotzdem. Ja, weil er sich steckt ja mittlerweile. Kann er ja. Mal, ich hab mit Damien getaggt, dass wir jetzt War spielen, weil er nicht im Voice ist, gar nicht. Nicht, dass er anfängt, seine Mail-Tips zu killen. Das müssen wir nicht machen müssen. Wär auch egal. Wär im Vorteil für uns. Konzentrierte Leistung. Come on. Also die ES-Targeten, hab ich gehört. Ja. Das ist es. Das ist die Stuart. Okay, gut. Das war einfach alles, was Seb heißt. Espanol. Das ist auch eine gute Idee. Das macht aber keinen Unterschied zu anderen Wars. Spring kriegt wieder Penalty. Für Kleingeschriebenen. Ja. Kleingeschriebenen. Facken. Es ist Top-Two-Start. Ich hab gerade das letzte Rennen gewonnen. Wieso starte ich auf 2? Robin, überholt. Wieso startet der vor mir? Ist das ein Mal wieder? Bist du 2? Ich bin 2. Dann hast du wieder Double. Da kommt Sebastian fort, ne? Nämlich Double. Ja. Ich hab Double. Wer ist hinter mir? Warte, ich schwumm vor. Ich bin 5 gerade. Trail, trail, trail. Trail. Die Pirien, Alter. Haymin ist hinter dir. Ich trail auf 3. Ich, ähm. Wo kam denn der Schwum ist her? Wann hab ich den denn gezogen? Ich hab das 2 hinter mir. Okay. 1, 3. Ich hab sofort geschwumpt und wieder aufgeschwumpt. Und du nimmst den Backstrom gleich vom Löffel. Und weggehubt und eh. Und weg, tot. Okay, ich bin 3. Nice. Ja, ich hab ihn. Ich bin 2. Banane. Ich hab Bombe auf 1. Nee, bitte nicht. Warte. Sag Damien vor, äh, Tim. Ja, ja. Mach ich. Fahre ich den auch. Kann fliegen. Ist ausgewichen. Ne, dafür ist beide getroffen. Nice. Christy, Christy ist gerade auf 2, falls ihr was habt. Sie hat triple Bananen. Und es ist slow as hell. Ich hab keinen in den Karten. Ich nehm gleich Cut auf 4. Du hast dich? Nice. Ich hab das jetzt, ne? Sind 2 jetzt mit Drüffelschußen. 4. 6. Na, okay. Ich mach die selbst stress. Nein. Ich bin der Banane vorbei gefahren. Der ist das mit'n Stern nach Felken. Ah, fuck. Er ist 5. Mit 1 mit Schwulm. Der Felken ist auch weg. 4. Bring Single Schwulm auf 11, Junge. Was was denn? Wenn man da Feuer hat, hauen sie alle weg. Ach, scheiße. Ich hab Felken die Banane gefahren halt. 9. Der wird einfach nicht wieder gefahren. Damien hat Felken, glaub ich, weggewandelt vom Ziel. Nervt ein fucking Feuer, alter. Das hat mich sowas von zerstört. Nee, das Feuer war echt scheiße. Mein fucking Boomerang hat im Schluss mit 3 getroffen und wir haben alle schön durchgeleckt. Das war wieder traumhaft. Was nehmen wir denn? Was? Die 2, 3, 4. Die sind 2, 3, 4. Dann Wall-Raceway. Das passt. Ja, das Problem war, ich verfelge mir die Banane gefahren, hab ich lieber in die Wand gefahren. Auf 1, 2, keine Ahnung. Aber ich hatte ja den Schwum noch und deswegen hab ich nicht vorbeigekommen. Aber ich weiß, ich weiß nicht, wo der Herrgerrausch kam plötzlich. Mit dem Stern. Ja, richtig weit nach vorne gekommen damit. Mit Stern und Schuhen. Das hat eine vernünftige Kombo, ich hab den jetzt dann nicht gesehen. Ich hab deswegen gesehen, dass du dich gecheckt, weil er eine richtige Kombo wäre. Ja, ich weiß es nicht. Das war ja die Frage. Was? ZZ. Das kann die Leute auch nicht zuordnen, wenn einer hier Serbirien heißt und... Das ist krass. Der hat Serious-Kombo. Ich glaub, der hat Serious-Kombo. Ich seh keine Toll-Kombo hier. Ich glaub, er... Ich glaub, er... Chat ist Donkey Kong, kann das sein. Ja, okay. Ich wüsste jetzt... Ja, ja, es ist Donkey Kong, er macht einen Fehlstart. Definitiv, das ist Chat. Genau. Gleich erkannt beim Fehlstart, das ist ein Chat. Oh, und gar keinen Namen sehen. Wow, die Leute. Ich bin zwei. Vielleicht die von Alex Drop? Nee, er fährt... Er fährt zigzag. Vielleicht sieht auch drauf. Vielleicht können wir ihn wegwerden oder irgendwie. Ich hab auch einen Schuh. Ich hab einen Wummer-Rang. Okay. Irgendwie... Ja, nee, das ist... Das kann ich zu werden. Ich bin jetzt ein bisschen... Okay. Du kannst fällen werden, wenn er Cut nimmt. Oh, ich hab... Ich hab... Boah, ich hab hinter Merkmal weg. Auf Merkmal auch Cut. Wo auch passen. Ah, du bist nicht rausgefahren, egal. Ja. Ah, ja. Er ist vor dir, ne? Greener ist vor dir, ne? Ja. Kann Chrissi vielleicht trailen? Ich hab ne einen. Cool. Doch, Banane draus. Hat ich. Ja. Hat mich gestern. Hat mich gestern. Hat mich gestern. Hat mich gestern. Und Chrissi hinten mit dem Wummer-Rang. Ich fall... Junge, wie viele Wummer-Rangs werfen die denn noch auf mich? Die Banane. Ich hab dich gegen gewurft, sorry. Stark, Robic. Ja. Hab wir getroffen damit. Ja, ach so. Ich hab jetzt... Robic geworfen. Robic geworfen. Er hat ne Wett. Er bleibt stehen. Wir kommen mit Bullets. Ach so. Abstern im Kanoff. Wer ist der Wario? Ach, das ist Damien. Ich schoom einmal an. Ich bin jetzt vier. Siehst du... Siehst du, ob Falcon was hat? Ach so. Ich hab Triple Banane auf sechs. Auf sieben. Was hat denn der Wario da gemacht? Rechts Triple Greens. Rechts Triple Greens. Chrissi. Ich hab Chrissi. Ich hab Sebastian. Ich hab ein Fireball. Ich schuhe mal ein bisschen zu dir vor, Robin. Ja. Doppel. Ich krieg kein Item, weil ich nichts... Kein Item... Ich hab schon wenigstens laufen auf vier. Ich hab äh... Pflanze. Ja, Damien kann auch Cut ziehen. Das wird nicht blenden. Sebastian kommt auch. Tricks ihn? Vor Sebastian bin ich geblieben, aber... Ja, das ist okay. Das ist okay. Das Problem war, ich konnte ja halt vor mir war einer hinter mir einer, ich konnte meine Items nicht nutzen, deswegen hab ich keinen Last Item bekommen. Das passt natürlich. Ich war mir überlegen mit der Pflanze in Cut reinzugehen. Ich war auch am überlegen, ob ich die Feuerwehr ein bisschen nach vorne schwamm, aber dann kommt ein Feuerball wieder aufs Feld und dann war's das. Ich hab mir nicht mehr so gut gemacht. Huch! Das ist das! Ich hab's... Will ich halt Zelda weiter... Lul? Im... 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 ich glaube schon egal wir haben ja naja vielleicht sicherlich werde ich ja nicht mal oh gott falcon ist vor mir ok tschüss das war's dann bist du gleich in der ersten wand drin so funktioniert ja auch ganz schnell alles wecker und ich habe ihn schnell noch treffe ich ihn ja ich hab ihn ja ich hab zwei das war ich vier dritte ich hab jetzt habe ich verhält wahrscheinlich drei doppel genutzt redschell und schroo ja ich wollte schon leicht weg gewandt aber ich bin noch mehr mehr tricot neben dir ein die grünen die kraft hat zwei hat sich getroffen und zwar jetzt drei Drei Ich werd gebammt, ich werd gebammt Alex ist glaub ich zwei Ja, Alex ist zwei Ich wurde weggegrained von den Wario Von Serboden Fahr aus mit dem Schlamm mit den Schuhen Habe ich ihn, Nicole? Ja, du hast ihn hinter dir Ja, Donkey Kong, Junge Ich bin jetzt sechs Das hier doppelt Wer auch immer den Bummer angeschmissen hat er grad Ja, der hat mich getroffen Ganz leise Stern Ich bin jetzt sechs Ich hab ne Pflanze Ich mach ja was auf, ich zieh euch vorbei Ich schrug vor Keine Auge Wollte mit den Greens nur ein bisschen aufpassen Ich mach sonst gleich Stern an Ja, passt Alec hat Bullet Bill an Mach Stern an auf sich Mach auf, pass auch mal auf Screen, pass auf Stern auf das Ja Jetzt hau ich dich gleich weg Sorry Sorry Musste ich, musste ich machen sonst Problem war der Bill war Dad wet, that wet Felton hat wieder wet Ja Ich schwum ab Felton wird vorbeiziehen, also Nicole haut ihn weg Hau ihn weg, Nicole Okay, ich werd letzter Ich werd letzter Wir haben 134 passt Leider wurde nur screen weg gehauen, aber ansonsten richtig geile Spots gegen die, obwohl die gute, trotzdem anfangen Was willst du mehr? Ich würd dir sagen Dk channel, das Verhältnis hinter mir Ja, sowohl Das Trikot kriegst du irgendwie lauter Man versteht dich irgendwie gut Dk channel Dk channel Call Damien mit denen Dk Ehh Muss ich ihm auch noch ein neues Headset kaufen Schicksal so ein richtig geiles Paket rüber So eine richtige Ausrüstung Headset Das kommt genau an, aber ausrüstung Das passt alles in das Paket rein, was ich dir damals verlegt habe Am Ende kommt das gar nicht an, weil die sagen Nee Bin sie Das wird erstmal in Wahrsam genommen Gewahrsam genug Eskalation Wann 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 Ich find S der Film besser Wenn's geht, haut Felgen direkt am Start weg Ja, mal gucken Der Felgen haut uns direkt am Start weg Ich glaub der haut uns zu dritt, runter Bauen Drei Ah Schuhe muss der Cut Nein, geht auf die Klasse Ja Nach dem Cut müsste ich eins sein Alex will ich mich backspin Äh, backspin Eins Ich bin vier Oh Gott, Alex Er trifft mich nicht Wario Welt auf eins Oh, strecken keine Lines Alter Wir haben Double Red auf zwei Nein, ist so lächerlich Aber der hat ne Bombe, der hat ne Bombe Ja, ich bin nicht tot Wurde geklaut, wurde geklaut Wurde geklaut Ich bin eins Wen Drei 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 Ich krieg ihn weggefeuert wahrscheinlich. Pass auf, pass auf. Ich krieg Felken weggefeuert. Wie viele Reds hat der also? Ja, der hat ganz viele Reds, aber ich hab's weggefeuert. Ich bin jetzt eins mit Shroom. Flu kommt. Ich kann dodgen. Okay. Ich bremse ein bisschen. Sieben und los. Hab gedodged. Alle drei Reds. Brauchst du Double? Nee. Ich nimm mir die Reds weg. Wer ist fünf? Wer ist fünf? Ich bin weg, Top 3. 3, nice. Bitte. Jetzt ist Damien vor mir, wo kommen die denn alle her? Fünf, fünf Ghosts. Du kannst Ghosts auch machen. Wir haben nix, Alter. Vier. Backstam. Egal, ich hab Schatten mitgenommen. Kannst auch Bo-Josen euch. Du win, win für trotzdem. Die haben Schwüns hinter uns. Ich backstam. Nein. Nein, die Green. Wo kommt die jetzt her, Alter? Ach, schade. Den haben wir nicht mehr. Einen, nein. Einen, Alex. Haben wir Top 2 geholt? Ja, wir haben Top 2. Meistens. Ah, ja. Ich glaub, Falcon hatte hinter mir fünf oder sechs Reds. Das war nicht mehr lustig. Ja, ich hab das gesehen. Aber ich hab ihn, in dieser, wo er drei Reds auf dich geschossen hab ich ihn weggefeuert und dann war er tot. Zumindest. Ja, weg da noch. Dann konnte ich auf eins in die Blue Shell dodgen. Eigentlich war das richtig gut für uns, dass die dich wegehauen haben da in dem Moment. Alex, Alex hat auch einen richtigen Fehler gemacht. Aber ich konnte einfach an Falcon vorbeischwimmen und hab Alex dann gerettet. Das war dann RIP. War richtig dumm gespielt von denen. Willst du DH? Also Hyrule, oder? Ich lass Hyrule, ja. Okay. Hyrule ist gut. Die hast du letztens zitiert. Ja. Falcon hat mich letztens drüber aufgeklärt, dass er kein Hyrule-Typ ist. Ah, gut. Dann ist die Woche gut. Ja gut, dann passt das auch. Er hat's dir am Vertrauen gesagt und du nutzt das aus. Monster. Du warst dabei mehr, wenn sie das auch sagen können. Ja, aber ich hab nicht gesagt eigentlich, dass wir Hyrule wählen. Ich auch nicht. Ich hab jetzt gesagt, nachdem sie gewählt wurde. Falcon leckt uns wahrscheinlich eh vor und bammt uns alle weg. Genau, welcher Platz der ist, aber der schafft es. Wie hat er dich im ersten Item weggehauen? Was war da? Ah ne, Merv hat er weggehauen im ersten Item. Merv hat er weggehauen, ja. Warum kriegst du viele Trackpicks? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich könnte man sich zurückholen. Ich fahr trotzdem. Ich fahr auch. Ich fahr gar nicht. Die werden zwar Schwung ziehen auf 3, 4, 5. Ich kenn das schon. Merv, du machst es einfach raus, oder? Du fährst jetzt nicht mehr Kampang, ne? Tschüss. Tschau. Ich muss Beedentimulator weiter spielen. Nee, mittler auf das Auto. Ich bin auf der rechten Seite. Ganz neben. Habt Damon. Damon? Ich werd gewildert von Krissi. Warum zieht man denn immer First Box? Wie hat sein Red Shills gegen mich? Guck gleich Cut auf 10. Wohin K. Gott, der drauf. Die Eskalation hat mich ins Offroad. Ich hab einen Schuhbaum drauf. Du brauchst du für den Coins weg. Blöde Eskalation finden. Ey, da hat auch jemand Slippelstumskarten. Der hat mich eben, keine Ahnung. Ja, das war der. Alter, die Green. Die sind komplett hinten. Nur Chatter ist noch da. Mit denen. Ich bin noch 2. Bin 6. Damon ist aber auch... Bin 7. Ich hab Blue Shell. Diesen 1, oder? Ja, diesen 1. Ähm. Pass auf, da kommt eine Green auf dich. Ich schieß. Pass auf, Blue Shell. Ja. Ich bin vielleicht weg. Ja, ich bin weg. Patrick. Patrick, ich nehm gleich Cut und mach Stern an. Ich bin jetzt nur noch 7. Ich bin nur noch 7. Die haben mich rausbekommen. Ich bin 1. Mit. Alex meinte wieder 15 Reds zu ziehen. Kann ich auf 1 trailen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin hinten. Ich unsere Episode ist hinter mir. Okay, ich halte den steig. Der привет ist hinter mir. Ich bin mit top 2. Nois. Ich schwöno mal vor. Wie lange ich hätte der Alex getroffen mit dem Feuer. Ich halte meine Freunde, decre ich habe Alex mit Kriss. Oh Gott, Kriss muss du Kriss? Was machste, was für Likes tut sie Kriss? Aber keine Ahnung, Monate, das sie hat uns alle gefickt. Das war, ich bin jetzt 3 mit Schuhen, weil sie alle gefickt hat. Ich bin vorbeigekommen. Ich bin ein Cut auf 3 Ich bin ein Cut Cut auf 6 Blackspam Boomerang auf 3 Ich versuche Chat zu treffen Hab ich ihn? 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 Pass auf Merv, ich bin bei dir Boah, der D-Kekker ist hier noch Ich bin ein Link auf 6 Hau Chat weg Ich weiß nicht wie Ich hau jetzt Boomerang weg Ich trade jetzt auf 3 Kann sein, dass er mir reinfährt Mit Glück Passt auf vorne Passt auf vorne Danke Tim Ist Chat wirklich auf 1 gekommen? Nein, ich bin auf 1 Okay, nice Auf 2, aber er ist auf 2 gekommen Es ist ein gutes Rennen Es war schwierig ihn wegzuhauen Keine Ahnung Es war schwierig ihn wegzuhauen Ohne euch zu treffen Weil er war so nah dran Ich wäre halt in An diesem Hammer durchgefahren Aber rechts von mir war Merv Und ich hatte keinen Bock ihn wegzuhauen Ja gut, wenn ihr zu zweit Richtig nah beieinander sind Bei Ende vom Hammer fährt Das ist glaube ich keine gute Idee 1,2,4 Was hörst du Merv? Auch Hyrule Circuit Ich verstehe nicht wie Ja gut, es ist schade Der hat Fehlstart Du weißt ja im Top 3 Eigentlich Kann man schon so sehen Ich verstehe nicht wie Falcon und Alex So viele Reds ziehen können Das ist echt unnormal Was ist mit Falcon passiert? Er war doch Hyrule Circuit Er war doch 1 Worte er getroffen oder hat er gebremst? Nee, er hat gebremst Ich hab gebremst Und dann war Das läuft ja wieder richtig genial bei denen Oh Mann Sam, du hast ein gutes Team gewählt Ich bin stolz auf dich Okay, danke Ich hab gesagt Wir kriegen glaube ich Keine Criptics Ich hab gesagt, das ist gut Der Damien ist die Seed Ja, komm Die haben wieder den Toxic Kanadier Weiß ich Ich bin jetzt dafür, dass Das Lineup hier fällt dann Diese Woche am Caillou Ja, ich auch Immer Becken Mit Patrico Ich run Ich fahre Ich fahre Brauchen wir noch hier dran Oh je Top 3, bleibt stehen erstmal Hier bleibt jeder stehen Ich nicht Wie viele stehen denn hier? Screen und ich haben Top 2 Ich hab'n Schwung Ah, du bist gleich 1 Weil ich hab'n Team nicht bekommen Warte, kannst du auf 1 bleiben? Ich konnte ihn auch behalten Toll, der Criptic ist hinter dir Der kreiert diesen online Ah, schat mit meinen Coin ich habe bullet ich mache ich wollte bis zur bullets ja das ist den reifen hat alex richtig ja richtig der lag einfach im weg wenn du ihn noch mal nach holen bombe bombe was auch politisch super card auf 2 kein glider schock ich habe dabei wird kommt 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 kein stock wenn er das ist ja ich die einzige wo wahrscheinlich schock ziehen könnte alex wird noch geblut vom ziel alle sind auch geblut vom ziel nein er wird nicht ein millimeter zu spät die blue ich kann nix machen also hätte ich gewusst dass der schock nicht kommt hätte ich leider gehabt genommen wäre eins geworden tatsächlich ich das gewusst ja und ich hatte double red ich weiß alles hat aber gefällt glaube ich den ist der kopp dabei du jetzt geboten irgendwie und wird ein millimeter nach der c-linie geblut haben wir eher gut oder schlecht ist doch echt wollen wir joshis herkett nehmen ich glaube die sind 1345 oder so aber es ist auch lächerlich wie du wieder weggebombt wurde es ist normal das ist bei mir was soll mir joshis herkett joshis herkett regnen die dich miteinander kommt das so vor eigentlich noch schreiben die da und dass ich bin jetzt damit kohle natürlich hat du hoch und so und das ist verboten ich fahre meine ahnung rechtlich doch ich schufe wieder dann auch ich bin letzter ich habe schon fünf coins warum ich verstehe es nicht jedes mal der first item set krieg ich eine red ab alter ich krieg die krise ja ja ich bin ich bin ich bin ist alles noch zwei ja alles ist noch wenn nämlich vorbeilässt ich hätte schulde jetzt ja ich bin ich war auch nicht veraufen ab dem plan von sepp dem aller doch bin ich auch ich bin hinter dir ich habe ich auch nicht sagt wenn du vielleicht kommst du vorbei was willst du wenn du weg bist ich habe ich halte mir den schrumpf und karte ich bin immer noch zwei oh gott ich hole richtig auf auf dich geht die auf mich nicht du warst nicht mal du warst nicht mal auf meinem screen mehr alles gut meine bohle ich wollte die und dann schocken selten ist ein stern ja das war's vorne so ein perfektes rennen und dann nicht ausreich machen keine ahnung ich hab mich im katham ende patrick rufs war schock war es auch hier vorgekommen so ein perfektes rennen und dann du warst nämlich bei mir einfach komplett weg das einfach ist einfach bei mir stehen geblieben und dann die red ist noch auf mich gegangen und dann bin ich auf nichts einfach ausgerutscht mitten mitten im tunnel einfach habe ich mich gespint ja es tut mir mega hart leid weil ich da ja und die red angezeigt war mir nicht sicher ob die auf mich ging habe ich raus und ich habe versucht irgendwie zu gucken und ich wusste nicht dass du so nah dran bist weil es hat natürlich auch gelegt bei mir ein bisschen egal ist ein dummes game ganz ehrlich ich habe als übertrieben gesagt er soll schocken weil nicole hinter mir dann noch im deutsch war ich nicht mehr mich hast du im offroad geschockt jetzt hat sich glaube im bett putz oder 3 3 4 6 kann schieb auch wählen wenn er wort sein gott komme ich mal da komme ich nicht mehr hin dann mache ich lieber das kann es auch schieß aber irgendwie klappt das mit den lack strecken nicht so ganz gegen die die holen die schocks und lachen wird bei uns die sie von denen hat einer die sie denn ist es nicht schade ist weg ich hatte es auch nur da ja ich habe es weg ich glaube selbst ist weg oder selbst ist wieder und dieser ziel was ist der team leader ist gelieft warum was macht ihr denn drüben das kann doch nicht sein dass das schon wieder eine wäge quittet das ist noch eine andere antriebe hey können wir enden drüber geben ja super dann wird das noch lustiger ich glaube mehr als sepp wenn gewand irgendwie das endet nicht gut ich bin dann kommt auf die form mit popadrigo auf die schluss er ist noch felgen warum feilen die alle cut alter was macht ihr denn die alle cut keine ahnung der hat den cut so was von gefällt der ist einfach gegen die wand gefahren ich bin jetzt vier mit schwum bin drei mit schwum bin in der top 3 drei mit schwum äh top 4 haben wir auch was krisen mit zirbelwander schwum fällt mit zirbelwander Er wirft die... Oh, er verknockt. Boah, das tut ihm auch. Er wirft die gut, Junge. Ich hab Triple-Banane, ich bleib ein bisschen stehen. Oh, die Banane. Die Motor ausgeprägt. Ich? Ich? Triple green nach vorn. Versuch Felken zu treffen. Ich hab keine Nähe gekriegt. Sind wir noch zwei? Felken ist zwei. Sind wir noch zwei? Okay. Dann lege ich eine Punde. Werte ihn, Tim. Was hast du Alex? Alex ist zwei. Red, ich hab ne Red. Aber da kommt Donkey Kong. Da kommt Donkey Kong. Für sie stirbt mich. Lass mich... Brems dann. Ich hab Blue Shell. Wir sind eins. Wir sind eins. Mich halt. Oh, ich hab kein Item mehr. Ritzel auf 6. Ich fahr außen rum. Ich werd gebackstammt. Und Daniel auch. Red und Green? Nee, nee, ich hab noch... Ich hab nur noch einen Dodge. Ich hab gerade vorn überlebt. Ich werd mal. Das Feuer. Nochmal das Feuer. Eins, drei. Ich bin elf. Das Game. Ich hab einfach keine Hupe. Das ist... Was haben wir? Eins, zwei sind die... Sind die drei? Nee, eins, drei. Ich bin elf. Eins, drei. Okay. Ähm... Ah, Alex ist hinter dir und... Dann lass vielleicht Royal. Ey, Ellen ist drin. Ist hier schon. Ellen spielt jetzt mit für Sepp. Ich glaub... Haben wir bis jetzt überhaupt einen Track Pick bekommen? Glaub. Äh... Die Clay Jungle. Und Yoshi Circuit haben wir gekriegt. Stimmt, Yoshi Circuit haben wir auch noch. Zwei, zwei Tracks. Schroben auf acht. Ich werd ja getroffen in der Luft von irgendwas, was ich... Ach, Alex. Komm. Ich geb dir den ersten Platz, Alex. Da du dabei natürlich wieder eine fucking Red Seed rufen. Cut auf sieben. Dumme Coin. Schroben auf elf. Ich bin auf vier. Ich bin auf vier. Ich bin auf vier. Alex blockt mit Red Seed. Vielleicht trifft der Falcon. Die... 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 Haben... Die Duellen beide gemeinsam. Das kann sein. Ich f*** mal. Ich bin die Wand gefahren. Hab Alex. Ja. Er hat mich. Weil er rumstanden. Er hat mich. Die Red hat so oft für die Spam, weil ich sonst irgendein von nichts gescheuert hätte. Ich bin jetzt fünf. Hab ich sie? Ich bin jetzt vier. Pass auf, ich ne Cut und da kannst du den Job wegrufen danach. Ellen hat Triple Reds. Und drei jetzt. Hab ich nicht bekommen, weil du mich weggebummt hast. Sorry. 2L auf 3. 2L auf 3. Kannst auch Damien werfen, das ist eins. Ja, ich f***. Ich f*** nach dem Alter. Singleschuh. Ellen, Schlauha und die alle, wir stehen hier alle. Alter, Ellen, wie geht's? Jetzt können wir vorbei. Unsere Sportüber holen die vier Leute. Im Top 2. Eh, Chad fährt in die Banane. Ich f*** die Krabbe auf 2. Ich bin so geschlecht. Im Top 3. Top 4. Mit dem Top 4. Die haben wieder Wedgeshells im Feld. Nö, alter. Ey, die Dreck sind. Ja, hast du. Ich f*** mich. Ich f*** mich. Da waren zwei Gegner. Ich habe beide getroffen und dich halt. Sorry. Ich war leider wieder richtig. Ich f*** dich. Ich f*** mich. Ich f*** mich. Ich f*** mich. Bad. Keine Ahnung. Robin, Robin, ist Robin MVP einfach? Ja, aber ich bin zwar trotzdem, äh, so unnötig in die Banane. Äh, ne, die Krabbe bin ich auf 2 gefahren, so dumm. Ehrlich? Es ist natürlich wieder toll, wenn man auf 1 ein Coin zieht und Alex natürlich auf 2 ein fucking Red. Das hat richtig viel mit dem Spiel zu tun. Ähm, äh, Yoshi Welli, kann man. The Warrior. Das ruf bei uns auszunehmen. Oh, das ist gar nicht Yoshi Welli. Die sah aber so ausverweiten. Ja. Gib doch mal ehrlich zu. Der Hintergrund von Yoshi. Das sieht doch ein bisschen ähnlich aus mit der Farbe. Farblichen Umgebung. Äh, Donkey Kong Dschungel hatten wir glaube ich aber auch schon. Hatten wir auch schon. Ja. Ja. Das wusste ich tatsächlich auch. Nein. Nein. Ja, Mann. Mann, ich wollte das nicht. Ich wollte Yoshi Welli. Mann. Das ist aber ein kreativer Nick mit ZapRQ. Für mich ist er noch mehr. Mann, das ist ja nicht mal ein guter Pick für uns. Was ist das? Ja. Ich hoffe es voll. Dass das langsamer geworden ist in der unteren Reihe wusste ich schon. Alles klar, Robin. Hier werde ich irgendwie zwölf rausgebammt. Sind die alle irgendwie so slow hier? Junge Patrick. Ich weiß auch nicht. Hat drei Leute in diesen Picky reingebammt. Konstant. Und fünf. Hier. Gut. Das ist wieder eine Random Green, die kommt heute auf Twitter, oder? Sehr schön. Schöner Joder, mein Kontext. Wir haben mich weggeredert. Hey, das ist doch voll. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nice, nice. Vier. Top vier haben wir. Aufgenommen. Top fünf. Ja, bei den Bananen. Ich hab ihn auch. Ja, ich hab ihn auch gegriffen. Ich hab ihn auch gegriffen. Und man sich auch nice. Wir haben Top fünf glaube ich Bananen. Oh, die Bananen. Wir sind Top fünf, aber wir haben Bananen. Wer auf immer den Boomerang wirft, aufhör damit. War der Ticci. Okay. Ach, Nicole! Dich weg, scheiße, schau dir. Ja, hab mich runtergebombt. Zum Letzten. Cut. Falken zieht auf 11, ne Red, Alter. Bist du mich verarschen? Wir haben Top 5 immer noch, oder was? Ich trael, ich versuch, Chud wegzuhauen. Frei sind wir ja, also ich hab drei sind auf jeden Fall. Ich kann Chud redden. Auf wen, glaub ich? Bist du, Screen? Nee, nee, ich bin 12. Ich werf grün auf ihn. Fehlbar nach. Nicole, ich wollte dich grad fragen, wieso du schrubst. Oh Gott. Top 5 again? Ich bin eh scheiße. Hänger einfach rückwärts. Wo ist Nicole? Ich bin nicht voll, ich fahr runter. Ist egal. Patrico, damit hättest du uns ruhig wegbomben können. Das hätten wir dir nicht. Oh, ich werd schon wieder runtergebombt, Alter. Und Cut. Du scheißgroser Gold-Peacher. Dein Blue Shack kommt... Ah, ist egal. Ich brauch'n Schuhe vor. Ich brauch'n Schuhe vor. Und safe. Ja, bremst, wenn du mit'n Blue Shack kommst. Ich hab'n Schuhe noch. Auf zwei. Aber jetzt kommt sie nicht mehr. Ich schuhe vor. Sagt nichts mehr gegen meinen Re-Pick. Nein, das war ein großer Gewalt. Was macht ihr denn? Ja, Merv und ich sag mir... Das war Damien. Achso. Einfach mehr... Mehr von mich runtergebogen. Hä? Wie war ich das denn? Oh Gott. Wieso vertreten? Ich wollte sagen, wir hatten Top 4 und 7 gehabt. War'n richtig geiler Re-Pick. Ja, den Re-Pick haben wir gesaved. Ja, lass... Wollen wir... Wir haben ja Top 3 auf jeden Fall, oder? Ja, wir haben doch noch zwei. Ja, genau. Die sind schon zweimal richtig gut. Nein, was wollen wir? Irgendwie... Warte, dass wir kurz nachgucken. Ich hab' einen RMP. Ich hab' einen RMP. Äh, wilder Wipfelweg. Nein. Wann will ich lieber Music Park? Ja. Oder Tic-Toc. Tic-Toc geht's auch noch. Tic-Toc ist auch gut. Nein, nein. Tic-Toc hatten wir doch. Nein, nein. Oder? Ja, okay, das stimmt. Das war vorhin. Das war eine Pan-Zoom. Ich schaffe es. Wieso ist der P-Rate-Kill? Hat er jemanden? Ich schock das, den berüchtigen Sepp-Klan zu schlagen. Ohne Sepp. Ohne Sepp, ja. Der Sepp-Clan, wo der Kapitän als erstes das hinkende Wort verlassen hat. Ist jetzt Alan eigentlich Kapitän, weil er für Sepp rein ist? Ja, ja. Ich mein, der Sub-Dript als Sepp RQ rein. Ich mein, das ist halt acht und wie alles. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich meine, sie tagten das ein. Er hat geschrieben, hätte im W1-W1 eh keine Chance gegen Patrico gehabt. Was ist das? Ist ja seine berüchtigte Strecke für Patrico. D.K. Jungle. D.K. 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 Komm, komm bitte! Ach, scheiße. Jawoll! Chrissi hat sich direkt wie einen Strich gemacht, deswegen das... Eiger. Ich bin nicht die Schuld, weil Tim die Strecke angesagt hat. Guten Morgen nochmal, nochmal Team Waze. Ich kann nicht, mein Freund. Ich bin ab heute bis Samstag dann weg. Dann muss man los haben. Ich kann auch irgendwie Fundum fahren oder so. Weil ich mit dem Hund wieder da bin. Mit dem Hund? Ja, mit meinem Dock. Wie gehst du denn mit dem Hund hin? Jetzt ist er Samstag. Raus! Samstag, Samstag, Samstag. Ich bin Samstag. Ich nehm du Haft. Aber zumindest hier lief. Schleudig, werd ich denn die Banane gebammt? ETF. Ne, ich kann halt... Nicole, lass mich kurz vorbeien. Mach du, dann mach du. Mach du dich gleich. Tschüss, ich gehört. Mach ich Chrissi? Ja, hast du. Nice, verdient. Allein Ellen hat die Reds. Ach, Ellen hat so viele Reds. Ja, fuck. Dusche kommt, Dusche kommt. Dusche, Dusche! Wir ziehen echt viele Schocks und Blues. Wir ziehen auch nicht nur das. Wir ziehen auch sauviele Reds. Roll ist Ellen behindert. Der zieht Alex in die Busche. Ja, ja, ja. T-Flatelux wieder drüben. Das ist manchmal ne richtig leckende Reaktion gerade von Erlan. Pass auf, pass auf, pass auf. Junge, was liegt denn da alles? Ich konnte gar nicht ausweichen. Ich komm mit Triple Vs. Oh mein Gott. Ich bin gut. Ich bin völlig fertig. Die Red geht auf mich. Nein, ich facken mein Bild. Ein Junge wird dann schwer. Keine Heidchen mehr. Schatten? Von wem von uns war gerade eben die Green? Die war von irgendeinem von uns. Wir hatten Angst hinter mir. Ich hab's gerade getroffen. Ich hab's gerade getroffen. Keine Ahnung. Ich hab's schon wieder ge-random-greent hier. Ich meine. Das wird jetzt auf MTD irgendwie gleich nachgeschaut, Alter. Gibt's jetzt zu, Leute. Das war ich. Das war ich. Okay, Tim hat zugegeben. Er hatte Angst. Alex hat weggegeben. Ja, das habe ich. Nice, ich bin MVP. Ihr habt Alex und Felken wieder weggehauen. Danke. Nice. Ich muss mir das so vorstellen. Chad und Felken waren vor mir. Und ich hab beide mit den Greens getroffen. Cool. Und nicht mal wieder. Genauso wie das Feuer und keine Ahnung wie viele andere Dinge noch. Ich glaub, du hast mindestens sechsmal ge-team-klickt bis jetzt. Wir sind vorbei. Super. Ich bin vorbeikert. Ich weiß nicht. Ich hab's zu schnell. Die top-spiel sind 3. Ob denn wir beide sind 3 mit Fehlecken und Alex? Das kommt aus die ein,einander. Ja, aber dann ist ja... Screen ist ja fünfter. Ja, wir haben gewonnen, glaub ich. Kommt halt auch Selbstpunkt. Mit WePick oder ohne WePick? Wir dürfen ohne. Aber das war doch ein Plus-Rend trotz WePick, oder? Ja. Wer von euch pittet? Vielleicht halt noch mehr.